Moin Moin miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Nachtwanderung bei Dragon's Dogma mit mir, Drakon. So, wir haben also, hm, das blöde Gespenst erledigt, den White, wie ihn meine Vasallen genannt haben. Und hier haben wir ein kleines Camp, in dem wir wahrscheinlich nicht schlafen können, aber... Können es hier mal untersuchen. Schön wär's natürlich, wenn ich hier das Ganze zum Schlafen nutzen könnte. Quellwasser. Klar, nehmen wir. Äh, vierter Tagebucheintrag. Das sieht interessant aus. Steinmoosumschlag, was auch immer, das uns bringt. Ähm, Nester in hohen Bäumen. Also Frank hat gerade gesagt, hier, ne, das Vögel oft in hohen Bäumen nisten. Die Struktur für uns ist die große Wälder. Die große Wälder, okay. Vielleicht war das ja quasi ein Hinweis so nach dem Motto, guck mal, in die Bäume. Vielleicht sind da Nester und in den Nestern ist vielleicht was drin, wer weiß. So, und er sprach von einer großen Wand. So, und... Okay, Sire sagt wir, wenn wir bei, also zu Fuß quasi rumlaufen wollen, müssen wir, müssen wir drum herum gehen. Und so sieht's auch aus. Ich sehe hier keine Möglichkeit dran vorbeizugehen. Ich hätte gedacht, dass es hier irgendwie einen Zugang gibt, nach Süden. Okay. Scheint aber nicht so zu sein. Was ich auch überlege, was passiert, wenn ich... Das ist ja Sumpfwasser. Quellwasser konnten wir ja mit einer leeren Flasche benutzen, ne? Was passiert, wenn wir hier dieses Wasser nehmen? Haben wir dann auch irgendwas Besonderes? Nichts haben wir überlegen gerade. Wir haben doch leere Wasserflaschen, oder? Hm, was haben wir hier? Ach, der Tagebucheintrag. Ausschnitt eines Reiseberichts aus einem Tagebuch gerissen. Es erzählt von der Liebe des Verfassers für Wein. Hm, 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 hm. Während der Wind an mir zerrt, erinnerte ich mich an die glücklichen Tage mit meiner Frau und meiner Tochter und an den Sohn, dessen Gesicht ich noch nie sah. Ach, wie rührend. Ja. Äh, gut. Ich wollte zu den leeren... Da haben wir sie. Da haben wir sie doch. So, benutzen können wir sie nicht. Wie war das jetzt? Hm, wie war denn das jetzt nochmal? Also ich glaube, ich muss diese Funktion haben, benutzen. Nur dann kann ich die Flasche auch tatsächlich hier benutzen. Hm. Und das heißt, ich kann mir dieses Wasser, das hier drin ist, wohl nicht nehmen. Schade eigentlich. Schade eigentlich. durch den Forsaken bog wieder auf unsere Reise. Bezichtig, Herr, die Marscher schreit unsere Bewegung. Dieser Fog hat uns blind. Beide auf, Master. Die Forrest-Wolves attacken in Pax. Ich glaube, das ist ein guter Fund gerade. So, hier sind ein paar Pilzchen. Wer will einen Drogenpilz? Scheinbar keiner. Doch, Frank. Eine Worte von Gelegenheit, Master. Schöne deine Kumpanien vorsichtig. Frank sagt mir, ich soll meine Gefährten weise aussuchen oder vorsichtig. Ja, Frank. Dann erzähl mal, warum soll ich dich ausgerechnet mit dem? So. Kurz nochmal auf die Karte geschaut. Tatsache, okay. Damit, das hätten wir. Dann gehe ich jetzt mal hier am Berg lang und gucke, auf was wir da so treffen. Eigentlich müsste ich mich ja... Also die Schnee-Harpien müssen ja hier wieder zurückkommen. Und eigentlich müsste ich mich mal mit denen anlegen. Das sieht mir aus wie eine ziemlich große Festung. Na, möchte jemand sammeln? Ein Kürbis. Frank hört irgendeinen Knurren? Was für ein Knurren? Oh. Das Knurren. Okay. Ein Zyklo. Aber hier lief doch jemand noch rum. Okay, hier ist eine Tonne, die könnten wir zur Explosion bringen. Hier lief eben noch eine Person rum. Sie kreieren wie Rappen, diese Goblins. Wieder Schnee-Harpien ohne Ende. Die Schnee-Harpien ohne Ende. Ich werde dich mit dir schützen. Wenn jemand die Schmerzen würde, dann schlägt sie und schlägt sie! Es rutscht Feuer! Töger, beast. Ah, stirb schon. Und was hast du dabei? Ja, da nix, ne? Nix dabei. Schade. Und da haben wir Schneewölfe. Ach komm. Wärmeister, Schneeheuerkse! Ich beginne mit dem stärksten. Es ist mehr cleverer als ein Kuhlmann-Wolfe. Unprovoked! Es ist effektiv, wenn wir sie zurückkommen. Oh, das kann ja wohl nicht rein. Es ist effektiv, Schneeheuerkse! Ich werde es schaden. Es ist effektiv, Schneeheuerkse! Es ist effektiv, Schneeheuerkse! Es ist effektiv, Schneeheuerkse! Ah, ein Grifftsplitter! Oh... ... ... ... ... ... ... Gletscher für dich! ... ... ... ... ... ... So, haben wir wieder alle. Ich denke, wir haben alle. Ich höre deine Wälder. Da liegt etwas. Langgestreckte Klaue, okay. Ah, noch mehr. Na komm, gib mir den Fittich. So, ich muss mich jetzt ein kleines bisschen orientieren. Äh, wo kamen wir jetzt her? Da kamen wir her. Da, wo die kleine Brücke ist. Okay, hier ist diese andere riesige Festung. Was mich so ein bisschen neugierig macht, ist, hier ist ja dieser Zyklop und scheinbar irgendwelche Särge. Ich möchte hier nicht reingehen, sonst geht das Ganze vielleicht zu. Ähm. Frank bleibt draußen. Und ich habe hier ja irgendjemanden drin gesehen. Da lief eindeutig ne Person rum. Ich war der Meinung, ich hätte irgendwie so ne Frau in einer Robe gesehen oder so. Okay, ein riesiger Tisch. Mit irgendwelchen Sachen, die hier zerfleischt wurden. Als wenn das Viech hier lebt, ne? Okay, ich lasse ihn nochmal einfach leben. Lass er leben. Vielleicht lässt er mich auch leben. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, äh, die richtige Entscheidung in dem Moment. Ich weiß ja nicht, wie stark er tatsächlich ist. Also da geht's zur Festung. Ich bin heute mal wieder auf Kundschafter-Tour hier in den Bergen. Und hoffe, ich stürze nicht ab. Okay, da sind wieder ein paar Wölfe. Kein Problem. Hier haben wir wieder was zum Schürfen. Hübscher Stein. Super. Ja, komm, schürft mal, Leute. Brauchen wir für irgendwas Wolfsfell? Ein weißer Wolf. Es wird bald genug rot sein. Ich bin jetzt in der Mitte. Also hier ist dort drauf. Oh. 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 Schattenwolffels, großer Reißzahn. So, Leute, warum nehmt ihr das nicht alles? Brianne, komm. Hier liegt was. Brianne. So, danke. Ah, da kommen noch mehr. Ah, da, 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 da. Das tut mir leid, dann geht's vor. So, alles bitte mitnehmen, was hier rumliegt, Leute. Hier so ein Schattenwolfpelz. Wir wollen hier nichts, wir wollen hier nichts vergammeln lassen. So, jetzt haben wir es aber, oder? Und außerdem bin ich mit Sicherheit sehr schwer überlastet. Aber das kriegen wir gleich hin. Und zwar, wir können doch mit Sicherheit hier kuriose Schuppe und Klaue, das können wir doch alles übergeben an Brienne. Die kann ja tragen ohne Ende. So, hübscher Stein bekommst du auch. Gold bekommst du sowieso, komm Brienne. Kummerstein auch. Jetzt bin ich immer noch schwer belastet, aber okay. Es ist, wie es ist. Dann bin ich halt schwer belastet. So, hier liegt ein Schattenwolfpelz. Wäre nett, wenn den irgendjemand mitnimmt. Genau, Brienne. Danke, dass du auf dich hörst. So, ha, ha, ha. Klippen von Bartha. Na gut, gehen wir noch ein Stückchen weiter. Ich höre Tiere neben mir. Seine Fleisch wäre eine willkommen zu unseren Provisionen. Goblins. Na, kommt. Na, ein Schuss habe ich noch. So. Die immer mit ihrem Overdo-It. Andererseits, wenn ich nicht vorher immer aufhören würde, also wenn ich vorher aufhören würde, würde ich nicht immer Kräuter verbrauchen, die sie mir dann einflößen, ne? Ah, so ein Mist. So, laufen nicht hier noch irgendwelche rum? Und selbst wenn... Interessiert mich das mittlerweile? So, da oben hat er irgendwas liegen lassen. Dieser Kling ist ein Klingblatt, na ja, gut. Ein Hopp-Goblin hat erinnert. Bleib dir was! Das sieht interessant. Was warst du? Dann soll ich noch ein Klingblatt sein. Was warst du denn? ich frage mich ob das gerade so eine spezielle taktik ist die er hat ich will Oder hat er irgendeinen Zauber, dass er Angst hat vor mir. So, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, genau. Was ist das? Was ist das? Magierhut. Riesiger Geldbeutel. Das sieht interessant aus. Ich glaube, wir sind sehr nahe. Ich glaube, wir müssen uns sehen. Einige Quäste haben die gerade gesagt. Was könnte... Hat keiner den flüssigen Elan mitgenommen? Kommt doch. Hm, was ist das? Ja genau, was ist das? Flüssiger Elan. Mitnehmen. Das sieht interessant aus. Ja, nehmt mit. Frank, Saia, nehmt ihr mit? Na also. Weiter geht's. Ah, ich guck gerade auf die Uhrzeit. Nein, es geht nicht weiter. Wir können höchstens nochmal auf die Karte gucken. Also da sind wir jetzt. Na gut, dann werden wir nächstes Mal hier um die Ecke gehen und uns mal anschauen, was es denn mit der Festung auf sich hat. Und ob das etwas Interessantes für uns ist. Na ja, und ob wir dann halt zurückkehren nach Grand Sorin oder hier noch irgendwas machen. Aber ich vermute fast, wir werden zurückkehren nach Grand Sorin in der nächsten Folge und danach einmal diesen Auftrag hier abgeben. Und dann haben wir ja noch den Auftrag mit dem Wassergott. Den müssen wir ja auch noch machen. Also Wassergott ist wohl als nächstes dran, wenn wir die Erkundung hier abgeschlossen haben. Na gut. Okay, das ist der Plan für die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis bald.